Willkommen zurück zu Half-Life. Ich bin jetzt gerade an einer Stelle, wo ich nicht so wirklich weiß, wo ich weitermachen muss. Ich habe jetzt mal die Theorie, ich muss da rein, aber andererseits, das schaut doch echt klein aus. Aber nö, meine Theorie war falsch. Also, ich passe hier doch tatsächlich durch. Ja, und wir kommen jetzt dann hier raus. Die sind vielen Bottischen. Wir müssen dann wahrscheinlich darüber. Und die Dinger ertränken uns entweder, wenn wir falsch hüpfen. Obwohl, bis an die Decke kommen sie ja gar nicht. Das ist ja dann gar nicht mehr so schlimm. Also theoretisch müsste ein gut getimeter Jump hier reichen. Und dann ist es schon hinüber. Ne, warte mal, wie geht das vom Timen? Und der kommt hoch. Ich kann dann da drüben drauf springen. Und während der runter geht, kann ich dann auf den hier drauf. Ja, aber ich kann mich natürlich auch total bescheuert anstellen. Aber ich habe so das Gefühl, ich rutsche da irgendwie halt einfach weg. Und springe dann weiter, als er eigentlich muss. Dann, 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 komm, 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 komm raus. Es ist echt Millimeterarbeit. und dieses kleine ding schon mal geschafft hier sind graphics verlehr so ich kann natürlich dachte ich muss auf den dingen kriechen und ich muss auch auf diesen dingen kriechen ist vielleicht der plan dass ich von hier rüber spring ich habe so gewusst ich habe das so gewusst dass es kaputt geht also alle ab jetzt sind wir hier so glaube ich mal den luxus zu machen jetzt ist die tür natürlich auf die hier auch ich höre doch hier was sollte ich mich trauen ja alles cool ja wo führt das jetzt nur hin kann ich nicht mehr zu machen würde ich mich wohler fühlen irgendwie ich weiß auch nicht warum okay es kann nur schief gehen also so ein bisschen kronen sind die aber vorsichtig zurück da haben wir das auch hinter uns okay so das ist ja fast wie die lüftungsschächte im black meser es fehlt eigentlich nur dass man so ein chicken kommt so licht ist aus da geht es so rum man hier passiert jetzt gleich irgendwas herrn körperteile einfach ausgespuckt mal dann mal ich muss mich jetzt erst mal umgucken ob das ding kann ich immer noch springen sollte ich die christen zerstören natürlich dafür wurden kisten gemacht also ja ich muss ganz offensichtlich da hoch ja so ein bisschen langsam ich hänge zum glück gerade ein bisschen fest das ist gut allerdings sehe ich nicht so genau da unten ist plöre na gut aber schwimmpartien darüber habe ich doch schon mal was erzählt oder ich mag das oh shit wo sind wir denn hier zum hänker da bin ich rausgekommen schon mal mal hier rüber ich glaube wir müssen da unten drunter da sind wir überhaupt nicht gefährlich ist das schaut doch gut aus oder halt besser ich speichere mal ach ne toll da bin ich jetzt ich habe ich habe gehofft das ist jetzt mal so der punkt ist wo man wieder normal aber nö ja dann ich weiß nicht wo wir hin müssen so warte mal hier mal noch was ob da hier noch irgendwas spucken hören ja dann sind wir jetzt hier auf der anderen seite ich meine es ist cool wie das alles irgendwie zusammenhängt das muss ich schon mal sagen irgendwas spuckt hier ach du bist das hör mal auf damit das finde ich nicht nett was passiert denn was passiert denn hier ach da ich kann den nicht mehr bedienen oh ah der rechte bewirkt dieses ding dass es nicht mehr nach rechts oder nach links geht das ist mit dir das weiß ich nicht die stehen jetzt also ich muss ganz offensichtlich da durch oh und die stehen nur ganz kurz aha der ist richtig achso ah der ist dann der ganz rechte also egal wie ich dann durchkomme ich werde auf jeden Fall auf die Mitte getrieben na gut hier habe ich 13 Schuss hier habe ich 4 Schuss auch so ein da hatte ich schon geschaut da hatte ich schon geschaut da ah scheiße das ist ja gut jetzt kann ich es nicht ändern weil ich müsste links lang das ist jetzt zu weit finde ich geschafft ich möchte erstmal gucken was hier passiert bevor ich da gleich auf diese bahn springen da gibt es diese pfosten die mich matschen wollen sie unten irgendwas wo sich lohnt runter zu springen also das machinery hat es echt das ist wie in so einem super mario spielen naja da geht es irgendwo rein wo ich nicht rein will bin mir sicher was so war das doch gar nicht scheint irgendwie die verbrennungsanlage oder die müllverwertung oder sonst irgendwas zu sein da ist eine tür was muss ich tun außer vielleicht mit diesem lärm zu entkommen stairs da drüben sind auch stufe das ist ein hühnchen komm ich jetzt da runter ohne zu springen weil im spring tue ich mir was weh ja glaubt mir was das für ein hellen lärm hier ist was zur hölle zehn hp kostet das jedes mal also ihr merkt sicherlich an meinem sehr geringen kommentar dass ich äußerst angespannt bin das ist mir geht es sehr weit hoch hat es diese tür hier oben da hätte ich auch einfach hier vielleicht runterlaufen können na gut ja ich weiß halt noch grad überhaupt das das ist einfach pures labo rind im moment für mich ne ich laufe irgendwo durch die gegend weiß zwar so gut dass ich in die lambda labs muss aber mehr halt auch nicht ja ich weiß gar nicht was ich im moment echt kommentieren soll ich muss ja wirklich zukünftigen ich will jetzt hier diese helftmaschine dann lade ich mich natürlich noch mal auf und wieder zurück also aktuell ist das spiel so einem abschnitt der menschen wirklich viel spaß macht das muss jetzt leider mal so sagen das zu bin ich denn jetzt mit das schaut alles ein bisschen anders aus aber dann schaut es doch wieder auch alles gleich aus hier das ist aktuell echt einfach nur ein riesen labo rind und ich weiß nicht zurecht was ich machen soll überhaupt nicht ich muss jetzt wahrscheinlich irgendwie hier also das ist ein brennofen dann möchte ich mit sicherheit nicht rein stairs 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 ja klar stufen da komme ich dann wieder da hoch dass man das von oben angucken kann ich weiß noch nicht wo ich in hause Also, da bin ich wieder. Hier komme ich noch safe rüber. Wo sind wir denn rausgekommen? Da oben sind wir rausgekommen. Da wird es nix. So, in das nächste Ding. Jetzt muss ich wahrscheinlich da lang. Ja, eigentlich wollte ich nicht in den Ofen, aber what the hell, ne? Oh, der war knapp. Ja, jetzt weiß ich halt echt nicht, wohin. Hat mich das jetzt irgendwo hingebracht? Nö, ich bin jetzt nur wieder hier im Kreis. Großartig. Jetzt wird es wieder heiß. Also, da drauf. Da drauf. Tag drauf. Ist auf jeden Fall schon mal nicht mehr so laut. Und ich bin wieder da. Ich beende mal kurz die Folge hier an dieser schönen Stelle. Und beim nächsten Mal fahren wir einfach noch dreimal im Kreis. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss. Tag drauf. Untertitelung des ZDF, 2020